Moin Leute, jetzt kommt es in der neuen Folge des KranalsPlace. Mit dabei ist auch mal wieder der Sergej. Moin, bis jetzt halt. Gut, ähm, erstens ist da was passiert, Leute. Wir haben einfach so eine Piratenversion aufgetaucht. Und ich möchte es besiegen. Deswegen ist Sergej bereit. Ich starte jetzt den Server. Und Sergej kommt gleich direkt und ich leite ihn sofort ein, ich gehe schnell ins Haus, leite ihn ein. Er kommt auch nur, solange versuchen wir einfach mal, ähm, ja. Das will liegen. Ihr seht's hier unten schon, Pirateninvasion. Einstellungen. Freunde einladen. LOL. Inweit. Nein! Sie ist einfach weg! Ja, eine ist die nächste. Doch! Das Ding ist nicht mehr da. Ja, das ist halt schon... Doch, bis gerade eben war sie da, jetzt ist sie nicht mehr da. Ja, lol. Ja, was sieht aus, das bin ich noch verarscht. Nein, 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 du kannst im Stream schauen, das war weg, das wird zu steiglich weg. Ach du Kälbiger Kälb, die sind richtig scheiße stark. Wir warten, chill mal, chill mal, bitte noch nicht kämpfen. Ja, warum nicht? Ich kann nicht machen, die töten mich sonst gleich. So, dann kannst du einfach ins Haus gehen, bei uns, also. Ja, wenn die dann nicht reinkommen. Nee, komm, die nicht, komm, die nicht. Okay, gut. Mit mir steht zum Beiträgen, okay. Nicht kämpfen, nicht kämpfen, nicht kämpfen, ich kämpfe alleine. Hä, warum willst du alleine kämpfen? Los, kämpf! Warum kämpfst du noch nicht? Alter, der kämpft einfach nicht. Was ist der, ey? Ja, genau das passiert, glaube ich. Doch hast du nicht gekämpft? Ja, sehr gerne. Ach du Scheiße, ach du Kälbiger, Kälbomat. Was? Du musst Bullet kämpfen, Piraten köpfen. Okay, okay. Direkt Haar ist presst, direkt Haar. Lass die Tür zu, pass auf, lass die Tür dazu. Ja, ich mach die jetzt auf. Dein Ernst? Ja, Alter, und schon haben wir gescheiß Bier um jetzt wieder. Okay, Lüft, ich spawns sie nicht. Ach scheiße, ich hab noch meine großen Healtränke dabei, die muss ich unbedingt weg tun. Überlade, überlade, überlade. Musst du noch. Nö, 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 ich werd hier fokkelt, attackt. Vogel. Ok, das war ein Hit. Boah, einfach ein Piratengeist, einfach ein Piratengeist. Ach du Kelbiger, Kelb. Ach du Kelbiger, Kelb. Die kommen einfach von überall her, aber ich kann nichts tun. die ist echt scheiße schwer ist alles so schwer verbindung abgebrochen ach du kalt kannst du wieder reinkommen ja ja kann ich kann ich gut dann mach mal ganz schnell ich versuche einfach mal weg zu fliegen ein bisschen das ist ein piratenschwert ich sehe es für dich schon mal da ist einfach so hoch da ändert sich einfach das bio ok hier sind richtig viele sachen dann sagen wir einfach mal im inventory ist vor ach du kälbiger was ist das neuer das ist ein fliegende holländer ach du kälbiger kälb ich habe zwei herzen das ist ein fliegende schiff wie ist es hier ist es hier sind direkt vor uns hier ja ich kann es nicht wo muss ich es tanken ach du scheiße da war eine wand ich habe die wand nicht gesehen wo ist es hin schieß einfach irgendwie draus ja okay das versuche ich kannst du bis noch am leben ne ich bin jetzt tot das ist 35 ok das ist gut dann kann ich dich hier schnitzeln mal die kannst du ein bisschen auf abstand halten wo ist der holländer wo ist der holländer ja hier ist er hier ist er du musst auf die kanonen da schießen glaube ich ne ich glaube man kann überall treffen du siehst ja wo da die 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 sachen sind muss laufen ich muss laufen ich kann aber nicht hier irgendwie am boden ja gut mach das mach das mach das wir sind so tot ey ich bin nicht zu weit weg nein 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 ich komm wieder hoch ich bin wieder da ich hab wieder einige gute hits gegeben ja gut mach das boah ey ok ok dann hab ich auch was gewonnen ich bin tot ok aber ich leb noch ich leb noch gut 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 ich hab ihm gute hits gegeben auf jeden fall ok ich hab ihn ich hab ihn sehr nice ok ich bin tot ich bin tot ich versuche weg zu fliegen halt hoch ne ich bin tot ich bin tot ich bin tot direkt so ey ja die sind insane oh wer haben sie oh wer haben sie geil nice gut dann müssen wir gleich mal anschauen was alles gedroppt haben lass uns mal kurz erstmal die grabsteine hier weg machen ähm ja ich soll schieße da mal hin mach das mal ich mach mal die grabsteine hier weg ich mach sie auch gleich weg dann warte ich muss noch ein bisschen sortieren weil ich hab keinen guten Platz mehr ja ich kann die man kann sie ja danach einsammeln ich mach es jetzt erstmal weg das ist wir zumindest jetzt erstmal weg ich weiß es nicht ne doch nicht gut ok sie drogen ja goldene sachen die goldene truhen es darf er mhm ok das muss ich unbedingt mal anschauen mp weedbird boah geil heftig wo ist weedbird er heißt er nicht weedbird ne wie sonst weedbird heißt er natürlich tja solange du das machst setze ich mich hier auf meinen königlichen stuhl hin haben die irgendwas gutes gedroppt naja guck hier sind alle goldene sachen und stuff da hinten ist noch eine goldene tür und sie hat auch noch eine wasser wird euch gedroppt oh geil die möchte ich mir gleich mal anschauen und leute ich muss euch das ganz witziges gleich einmal zeigen wir hatten ja letztes mal der queenslam gemacht ne und der hat so irgendwelche sachen gedroppt irgendwie wie heißen die glitzerschleimballons und guck mal womit die gefüllt sind glitzerschleimballons verbrauchbar gefüllt mit badewasser für partygirl gut kannst du mir vielleicht mal so eine magische fernkampfwaffe raussuchen ähm ja ich kann dir eine von meinen geben ja einfach eine die du nicht brauchst oder so man kann uns entscheiden also es gibt eine die du eine spam eine spamwaffe kann es dir geben ähm die mit den drei schwertern ne eine die du nicht nutzt ne ja und den gift mit 63 damage geht das ja ist mir egal ich einfach das beste was du nicht nutzt weil ein ach so gut was ist das kann ich dir drei giftige sachen die vergiften dein gegner uns das wenn das ist ganz nice wenn ich ihn einfach mal so drehen ja mir macht er 47 ne nicht ganz so gut achso aber mir macht ja ja dafür macht zum beispiel ich hab ich hab ja andere boni ne ja ja komm dürfte jetzt nicht so schlecht sein also nehm ich da einfach mal mit weil so eine fernkampfwaffe ist eigentlich nie schlecht dabei zu haben ich hab aber noch was für dich also erstmal hier goldene tue hier oben siehst du ja bei blöcken und blöcke goldene tue hier goldene karl die laber ein tisch drop mal ach keine laber das ist dieses nix ein gemächtiges sofa wo man sich raussetzen kann und ein bett aber gibt es auch noch eine waffe für dich oh ja entermesser oh 56 nahkampfschaden 15 kriegt chance schwacher rückstoß dann gehe ich das mal entchanten und dann sehen wir gleich mal was rauskommt es liefer ist noch da das heißt wir können auch mal die world of flesh machen und karlene badefagene boah geil und schwach alter ich hab viel zu viel geld sperrig ok bisschen weniger tempo aber gut schauen das ist gut dafür nehm ich mit aber macht aber nicht ganz so viel wie jetzt ok eine goldene bade oder eine darken hat dir wahrscheinlich das badewasser aufgefügt ja ok ne diese waffe ist nicht ganz so gut aber nice hab ich jetzt noch eine ja hast du eine voodoo doll ja warte kurz ich will noch denk ich mal kurz mein inventar am liebsten aussortieren ne achso ja dann ne einfach eine voodoo doll mit ja du kannst schon mal hingeben sonst oh ich hab die voodoo doll vergessen ok komm wir wollen los ne starten wir mal ne record siegel des kriegers geil geil endlich für mich ne ja ja neisige kaisige gib mal her bitte siegel des magiers und 15 prozent erhöhter nahkampfschaden nice das darf ich kelbiger kelb wieviel damage macht jetzt meine beste wasser ich muss erstmal ah du hast mir gegeben ich muss mal nachschauen ich muss was rüste ich denn dagegen anders aus ja dann nehme ich mal den magma stein raus ne oder ja ich glaube das ist das zum usefulsten hier war ich bei dem sterne machen rauskommen ok schau mal wieviel macht der beste wasser boah mein gradient macht seit 75 schaden so wenig mein eisichel 60 mein strahlenscheid 74 ähm ja ich geh jetzt nur noch so ok ja das ding ist ne guck mal ist das ja ein jojo ne mein gradient sie hat das 120 oder 136er hitcard einfach gemacht aber das ist richtig nah also geht dann nach oben ne ok dann also jetzt den zerstörer das leute allerdings werdet ihr in der nächsten folge sehen wir sehen uns bis dann ciao Leute thiso zur z